so hallo und herzlich willkommen leute zu Tom Clancy's The Division und zwar zu Close Beta ich bin nämlich reingekommen und wie es aussieht John nicht deshalb nehme ich das jetzt hier auf dem pc auf und es gab eben gerade eine kleine durchführung für sich verstecken die map zu öffnen und medikits und fähigkeiten und dann kam das hier männlich oder weiblich und ich habe keine ahnung was mich in diesem spiel erwartet ich weiß nur dass es um ein virus geht der an einem black friday geschafft hat und ich fang mal an alter ekelhaft nein ach ich muss jetzt bitte zufall leben ok dann kann ich leben ja hey halten sie durch ich bin wach mich braucht normalerweise niemand hören sie das wird wieder hey momentan geht es ihnen besser als mehr shit die explosion hat den commander getötet wir haben einen job zu tun den erledigen wir es ist nur verhandlung in einer minute sie müssen erst gleich auf der rechten Seite stehen das ist gerade ein bisschen komisch mega ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden die sind alle entweder tot oder werden vermisst also liegt es jetzt an uns und deshalb müssen wir uns zusammenreißen und zwar schnell jtf68 an tower sicht auf den hatzen ja zweite vision agenten an bord die explosion vorhin war ihr taxi ok ok jtf68 klar zur landung normalerweise braucht man Zeit bis man jemandem vertrauen kann tja wir haben keine Zeit ich vertraue ihnen das muss ich wohl ich hoffe bei gott zu recht hoffen wir es naja ok wenigstens wissen wir wo wir sind willkommen am Hudson Pier keine Ahnung was sie da erreichen wollen hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet wer hat hier den Befehl Captain Benitez er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden aber wir haben den Kontakt verloren falls morgen immer noch Funkstelle herrscht packen wir ein niemand zieht von hier ab wir holen uns die Stadt zurück nehmen sie mit was sie brauchen ich komme hinterher viel glück sie werden es brauchen dankeschön ich werde es wirklich brauchen so ok gut ein moment bitte so ok ja anscheinend haben wir Winter und ähm am Anfang des Tutorials sagte man dass es eine Art RPG ist und RPGs sind eigentlich geil ich hoffe dass sie es gut gemacht haben sieht auf jeden Fall schon mal geil aus dass sie sauber sind das Milch fällt alle gleich voll fassen die scheiß Gangs kontrollieren nicht alles so ok auf geht's weißt du ich verstehe aber warum wir dieses Zeug tragen müssen aber mal ehrlich ok sie können weiter schritt bei einer See nicht um in das Chaos zurückzukehren ich bleibe keine los und mach mal was ich bin online drinnen kann ich nicht bekannt in der Nähe und zu diesem online ehhh nein ok egal eine Fähigkeit nicht zugewiesen hat er fast ähm Fähigkeiten ja ok ähm ich hab am Anfang die frei ok was ist das jetzt er schickt dir einen Spurenpuls nicht Entdeckung markiert alles klar das ist gut eine Granate die nach dem abfeuern an den ähm weiß ich so das ist nice äh leg den Dreck und schildern oder schildern oder ok die beiden sind bisher am besten ich glaube ich geh auf Technologie erstmal durch der Festlegung eh Gesamtfahrtstück 43 man kann also so ein einiges an dem Spiel an dem Spiel sehen gut zu Starland ich seh schon die ranger Linie boah und da drüben können sie nichts kaufen das beste Sortiment der Stadt hat verkaufen natürlich habe ich nichts am Anfang ähm schaden SPM was ist das Schuss pro Minute schaden nice ähm ich bin ein bisschen äh klar ähm scheinen ganz zu weit Ah drei nein die M4 jetzt eine ziemlich gute Waffe Was? Das sind beide dieselben, oder nicht? Äh, ja. Von der Joint Task Force hat's hier. Ich hab kein Zuhause, tut mir leid. Drücken Sie E um einen Auszug ist. Okay. Ah, scheiß Nebel. Ich seh' nicht. Ah, jetzt kann ich umgebracht werden. Und? Okay. Man sieht echt GAR nichts. Das ist krass. Das sieht wie ne Apokalypse aus. Gibt's hier was? Ah, nein. Nein. Gibt's hier. Kann man die abschießen? Warum kann ich die abschießen? Warum kann ich die abschießen? Chelsea. Entdeckt. Steuerung halten. Ah, Parkoursteil und so. Wer sind die? Ich zieh' doch GAR nicht! Oh, scheiß ist mir schlecht. Toni. Toni, wo zum Teufel steckst du rum? Wo ist der Wärm? Bierchen. Alter, what? Ich erkunde mal ein bisschen die Gegend mit dir. Ich bin unbewaffnet. Ist mir scheiß egal. Alter, eins? Kann ich meine... Nein, ich hab nur meine Pistole. Oh, nein. Ich kann nichts machen. Oh, oh shit. Diese LMB Typen sind Psychos. Das LMB macht mir Angst. Moment, ich bin schon weg. Darf ich die umbringen? Verschwinde hier, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, wie man schießt. Sterb, du Scheiße! Mal den großen Helden da an. Na dann los! Das wird lustig! Ich sehe ihn! Schießt! Fick ihn zur Hölle! Nein, 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 nein! So. Alter! Alter! Äh... Äh, äh, warte. Ähm... Das alles gehört uns! Das gehört jetzt uns! Alter! Mh! Mh! Wie zur Hölle schieße ich? Waffe ab, für die Linke. Ciao, ciao. Fickt euch. Lass uns in Ruhe. Ich muss hier weg. Ganz schnell. Dieser Wichser. Ah, man kann auch klettern. Ja. Wow, nützt mir sehr viel. Ach, verarsch mich nicht, Mann. Niemand hilft hier irgendjemandem. Bitte. Ich hab Familie. Ich nicht. Nicht mehr. Ich stehe alles durch. Das heißt friss oder stirb, Kumpel. Ich will schießen. Na los, trau dich. Ihr müsst mich irgendwie abkriegen. Hier stirbst du. Ich hab... Kann nicht wahr sein. Du hast keine Chance. Kommen euch schon die Tränen? Wir müssen ihn eilen. Ah! Ah! Ich kann immer noch nicht schießen. Ich weiß nicht, warum ich nicht schießen kann. Du Schöner... ...und die Tränen. Und die Tränen... Das ist... Und... ...und sie trotz den Bauch. Der Kleinkann außen rauf. Damit jemand einen schlechten Tag haben. Das stimmt! Machst ihn alle! Nääääähgh... Nein! Nein! Ähm, ja. Nein, ich hab vorgespielt. Goddammit. Ey, was fuckt einen so ab? Ich bin einmal weg. Alter, ich hab keine Ahnung warum man da nicht schießt. Zentrale, hier ist Division Agentin Fei Lau. Bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Director 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht welche Art, Hilfe Sie. Ach scheiß drauf, wir nehmen alles was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Darf ich jetzt endlich schießen? Nein. Oh Gott. Achtung, Axel auf lokale JTF Frequenzen. Einheit 43. Vorsicht, Agenten der die Willen sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Nichts. Oder auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Oster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Hier ist anscheinend, wir haben eine... Ein Werkzeug. Sehe ich aber nicht. Lala, öff. Ein Werkzeug. Ich habe nicht geflogen. als girlfriend schon mal eine Erlevehreise, wo ich die sf des Spannungsmodel Graumes wiederhole. Ich habe geflogen. Als ich es nicht geht, wird hier gefährlich. Ich habe mich über das Schreiben. Ich habe mich über den Ält батum, Ich habe eine Nachbarschaft. Ich bin mir genau gefühlt. Bis zum nächsten Mal.